Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom DAX-Check. Bei mir ist natürlich Maximilian Völkel. Hallo Max. Hallo Andi. Ja, gestern Abend FED-Sitzungsprotokoll. Das hat erstmal für Reaktionen gesorgt am US-Markt. Nasdaq, Dow Jones allererst einmal nach unten. Ist das auch der Grund, dass der DAX heute vorbörslich eher schwach unterwegs war? Ja, die schwache Reaktion der US-Börsen gibt natürlich mal wieder die Richtung vor, kommt auch am DAX nicht gut an. Die FED erwartet nur eine langsame Erholung der Konjunktur, was eben nicht zu der Erholung an den Börsen passt. Allerdings hat die FED auch bestätigt, dass sie ihren Strategie-Check weiter fortführt, dass es vielleicht eben jetzt doch dazu kommt, dass es langfristig heißt, eine sehr expansive Geldpolitik von der FED, dass es diese gibt. Von daher ist es jetzt eigentlich auch nicht so, dass es eine große Überraschung war, was da bei der FED gestern passiert war. Wie gesagt, man hat es ja bereits zuletzt auch an den Konjunkturdaten und auch in der Berichtssaison gesehen, dass wir einfach auf einem niedrigeren Niveau konjunkturell sind als vor der Krise. Und an der Börse sind wir eben fast schon wieder da, wo wir im Februar eher waren. Von daher gestern eben mal ein bisschen ein Abverkauf. Jetzt aktuell 1,2 Prozent im Minus. Ist natürlich jetzt nicht gerade erfreulich. Jetzt nähern wir uns eben wieder der Unterstützungszone an. Die 13.000 Punkte sind vorerst erstmal wieder weiter entfernt. Ja, du hast die 13.000 Punkte angesprochen. Gestern war es ja beinahe soweit. Du hast auch in den vergangenen Tagen immer wieder von einem Sägezahnmarkt gesprochen. Bleibt uns dieses Prinzip dann auch erhalten in den nächsten Tagen? Genau. Man sieht es ja jetzt wieder. Wir haben noch einmal versucht gestern, die 13.000 Punkte anzulaufen. Wir sehen es hier noch. Der Kurs von gestern noch im 12.977. Wir haben es nicht geschafft, darüber auszubrechen. Und jetzt mit den schwachen Vorgaben der Wall Street geht es wieder nach unten. Das Ausbruchsniveau noch von vor wenigen Wochen im Bereich 12.770 Punkte ist jetzt eben entscheidend. Wir sind noch knapp darüber, solange wir da noch in dieser Range sind. Zwischen 12.77 und 13.000 ist eigentlich nichts passiert. Von daher ein, zwei Prozent Schwankungen sind zurzeit auch an der Tagesordnung. Von daher aktuell können wir noch relativ ruhig auf den Markt schauen. Sollten wir natürlich wieder unter diese Marke fallen, dann müssen wir den Blick nach unten richten. Dann schauen wir auch gleich mal aufs Produkt, dass er immer noch läuft. Ist jetzt wieder ein bisschen ins Minus gerutscht. Wie verfahrt ihr hier weiter? Genau. Es ist letztendlich genau das gleiche Szenario, wie jetzt die letzten Tage auch schon. Gestern waren wir mal wieder im Plus kurzzeitig. Jetzt fällt es nämlich wieder das Produkt mit dem sinkenden Markt. Wir beachten den Stopp bei 6,25 Euro. Ziehen dann eben die Reißleine, wenn eben der Blick wieder nach unten geht. Und ansonsten bleiben wir aber vorerst an Bord und spekulieren trotzdem darauf, dass wir eben die oberen Begrenzungsmarken der jüngsten Erholung noch einmal sehen. Dann danke ich dir für deine Einschätzung, Max. Ihnen, liebe Zuschauer, auch. Vielen Dank fürs Zusehen und bis morgen, wenn Sie mögen.